Das ist ein schöner Schnittelaufzug. Jetzt wollen wir nach außen. Hier sind wir heute 25. Ein C ist ein klassischer Schnittelaufzug, der zum Glück noch nie finanziert wurde. Baugen ist nur 73, aber noch unten ist U1. Die Etageeinsäge ist leider hier nicht vorhanden. Die kommen nach unten so eben U1. Hier auf dieser Etage ist immer auf die Etage nur 9. Hier auf die Etage nur 9. Hier auf die Etage. Hier auf die Etage. Hier auf die Etage.